Geburtstagskind, hast du's vernommen? Für dich ist ein Bäckchen angekommen. Drum sei im Leben immer schlau. Öffne es nicht selbst, sondern gib es der neben dir sitzenden Frau. Nun ist es in deinen Händen. Du darfst es drehen und auch wenden. Doch jetzt gehört das Bäckchen noch nicht dir. Gib es dem Herrn, der am weitesten sitzt von dir. Schau es dir an und zeige Schneid und gib es der Frau mit dem schönsten Kleid. Zwar ist dein Kleid sehr hübsch und fein, doch auch dir gehört das Bäckchen nicht allein. Nun gib es nicht deiner Base, sondern dem Herrn mit der längsten Nase. Die letzte Nase hast du bestimmt nicht. Sie stehen nur etwas zu weit ins Gesicht. Doch das Bäckchen ist nicht aus dem Laden. Gib es doch weiter an die Frau mit den schönsten Waden. Du hast wirklich schöne Waden und schöne Beine hast du auch. Ich schlage vor, du gibst das Bäckchen schnell dem Mann mit dem allerdicksten Bauch. Ich gucke mal, ich schlage zu bisschen. Ich will den Beugnen schlagen. Nun stell' es mal so richtig ins Licht. Auf auf, es geht das Bäckchen weiter auf Tour, gib es der Frau mit der schönsten Frisur. Um deine Frisur bist du wirklich zu beneiden, drum sei doch nicht so bescheiden, denn das Bäckchen ist noch nicht am Glatzen, gib es den Herrn mit der größten Glatze. Eine Glatze ist ja eine Ehre, das kommt sicher von vielen Denken her. Ausnahmsweise darfst du heute statt Denken schmusen, gib es der Frau mit den größten Busen. Mein Frisur ist wirklich einfach nuss, zum Dank bittet Herr mit der Glatze einen Kuss. Ausnahmsweise darfst du das Bäckchen machen, gib es schnell die Fracht, denn für ihn ist das Bäckchen natürlich gedacht. Du kannst es öffnen, jetzt sogleich, denn es hat sein Ziel erreicht. Ja, hallo, das ist gut. Dieses Befürstagsdienst und beliebt, sage, schön, dass es dich liebt und in der Zukunft sei beschieden, Gesundheit dir, Glück und Frieden. Das Morgen und das Übermorgen bewahren dich vor allen Sorge. Was du dir wünschst, was würde glücken, wir werden dir die Daumen drücken. All deine Freunde und Verwandten, Nachbarn und Bekannten, die wünschen dir im Augenblick Gesundheit, Frieden, Freude, Glück. Tollesnachend. Ah mein Gott. Das ist doch auch echt schön. Ich persönlichümüze an den Aus Millenn정um zu haben. Ich bin da jetzt stark. Ja, ich mich gleich auf den Glaubenseln. Danke.